Wie fühlt es sich, wieder in Kloten zu sein? Es fühlt sich gut zu sein. Es ist jetzt der erste Tag, aber es fühlt sich gut. Wie war deine Zeit in Metalurg und warum hast du entschieden, wieder zu kommen? Die Zeit in Russland war gut. Es war eine gute Erfahrung für mich. Ich habe viel gelernt über alles. Und was war die zweite Frage? Warum hast du entschieden, wieder zu Kloten zu kommen? Ich mag es immer hier. Es ist wie ein zweites Haus. Meine Kinder sind hier geboren. Wenn es möglich war, haben wir beide Dinge entschieden, dass es eine gute Idee ist. Was erwartet du für die nächste Saison? Ich hoffe, dass es eine gute Saison ist. Ich hatte eine gute erste Halbzeit mit dem Team. mit Dennis und Praplan. Es war viel Spaß zu spielen. Ich hoffe, dass es eine gute Saison ist. Du bist jetzt 38 Jahre alt. Du hast ein Konkret für ein Jahr. Ist das ein Ort, wo du deine Karriere endest? Ich hoffe, dass es nicht nach dieser Saison ist. Aber wir sehen uns. Okay, vielen Dank. Perfekt. Kommentar. Ja, vielen Dank. O speaking, das ist ein Liebär will in der Zeit nun. Vielen Dank.